Wäre auch nicht schlimm, wenn ich Eisen jetzt so kriegen würde, wäre es ja auch optimal. Da ist so ein Turm, da ist so ein Turm. Wir können jetzt einfach nur die Welt einmal rumgehen. Ja, manchmal sind auch die Portable weiter unten. Ah, ein See. Eine... Aua. Spinnst du? Ich bin doch kein Knallobjekt. Da ist ein Turm drin oder irgendwo unterhalb. Was natürlich absolut nervig ist. Aber dafür sind die Welt nicht groß. Da müssen wir natürlich mal durchjagen. Hier einmal. Vielleicht finde ich es hier. Da ist noch ein Haus. Die Hütte geben wir auf jeden Fall mal durch. Boah. Nicht so ein kack Golem da hinten. Oh, das Ding macht Damage denn noch. Alter, hast du den Arsch offen? Auf jeden Fall verkackten Schaden zu machen. Was ist denn los mit dir? Kohle, Steinblock. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich habe selbst kaum noch Tränke. Oh, da ist das Schlimme daran. Hallo. Da ist das Portal, das weiß ich ja. Wo ist dann das andere? Guten Tag, die Herrschaften. Hier ist eine kaputte Hütte. Das bleibt auch eine kaputte Hütte. Vorne ist auch noch Licht. Ja, jetzt können wir zu einer Suche gehen. Hier ist ein Tower. Ah, Nase. Juck, juck. Ne, ich will mit euch nicht kämpfen. Gar keine Lust. Vorsicht, 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 Vorsicht. Da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf gerade. Ich suche das andere Portal. Gibt es nur die Option unterhalb. Sprich natürlich, wo ist sie unterhalb? Der Turm vielleicht? Hier ist der Eingang. Okay. Da geht es nur hoch. Aber manchmal sind oben ein paar Schätze. Palmenblatt und so ein Fragment. Da oben ist nur so ein Tower. Da ist noch eine Truhe. Aua. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Und hier kann... Ah, hier geht es auch runter. Perfekt. Da, wo es runter geht, geht es auch meist wieder rauf. Die Swordmatch sind immer gut. Auch immer Herzen. Her damit. Und Eisenerz gab es auch schon. Wie lange wird denn... Ah, das kann weg. Brauche ich nicht. Ah, Football. Brauche ich auch nicht. Was habe ich denn damit? Eisenerz 9. Das heißt, wäre schon mal einer auf jeden Fall ready. Ist immer schon mal ganz geil. Gut. Rezept für Schädelportal. Okay. Zwei neue Rezepte. Das ist natürlich nice. Klatsch. Das ist nur ein einfacher. Das ist noch ein schwacher. Das ist jetzt ein roter. Okay. Davon können wir welche herstellen. Von den anderen will ich jetzt ungern welche herstellen. Tier Siebel des Portalwächters. Ja, okay. Da brauchst du den Krieger. Da brauchen wir den Krieger für. Eine Bombe mehr hin. Einmal reparieren. Ich kann mich nicht explodieren hier an der Stelle gerade. Hier ist auch noch ein Tor. Da gibt es aber anscheinend nur eine Kiste. Selbst das Schriftrolle. Das ist natürlich interessant. So eine Schriftrolle Feuerball. Da bin ich auf jeden Fall zu haben und einmal auszutesten. Kann man ja mal einfach so mal. Feuerball. Na gut. Für einen kurzen Schaden ist das gar nicht mal schlecht. Ja. Hängender Feuerkorb. Interessant. Da gibt es wieder ein paar Blöcke. Ein paar Münzen zum Einkaufen. Immer gern gesehen. Und dann müssen wir hier wieder die Feuerzichel wieder an diese Stelle holen. Ja, ich lasse ich da mal drinne. Würde ich mal sagen. Du bist jetzt natürlich auch weg. Dann können wir noch genug Fragmente hier raus. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Dann komm herst du. Keine andere für die mich. Geh weg. Keine Reset. Das wäre auch super. Dankeschön. Hier ist das. Hier ist das. Jawohl. 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 Nein, nicht explodieren. Dankeschön. Hier gibt es auch noch eine Kiste. Gar nichts anderes mehr. Dann nehme ich ja lieber diese Statue mit als das Gitter. Oder irgendwas, was ich gar nicht brauche hier. Tschüss. Möbel. Ah, hier gibt es keinen Eingang mehr. Kann ich beide wenigstens mitnehmen? Jawohl. Ja, okay. Hier geht es auch nicht weiter runter, ne? Nein. Schade. Schade, schade, schade. Schokolade. Weiter nicht. Nein. Aber zu geht's. Aber hier diesmal nicht. Dann heißt... Oh. Die nehmen wir auch noch mit. Noch ein? Klar. Macht ihr bestimmt ganz gut bei uns. Mächtiger. Steine würde ich auch gerne machen. Auch die Mana-Tränke eher weniger momentan. So, der wurde auch abgefrühstückt. Der Kleine, da kommen wir gerade her. Oder... Ja, da kommen wir gerade her. Von dem Kleinen kommen wir gerade auch, ja. Haben wir jetzt den DM hier drinne? Den DM-Überaussicherung, genau. Das heißt, wir müssen jetzt den DM rein. Weg. Ah. Ja, ich habe kurz wieder hier das Revier markieren. Das ist meins. Genau. Optimal gemacht. Aber wir hoffen, dass es dann hier drin ist. Wenn ich schon mal sowieso ein Problem... Dann muss ich das Portal mal irgendwie anders tun. Ich will auf jeden Fall Eisenerz haben. Und... Du explodierst noch nicht. Wunderte mich. Okay, hier geht es nicht weiter. Hier geht es auch nur widerspenzig weiter. Zack. Oh. Irgendwas können wir wieder leeren. Nee, die Rakete brauche ich nicht. Rezepte für Sprengfallen brauche ich auch nicht. Flasche mit Zauber und allerlei. Kann man gebrauchen, muss man aber nicht. Basalschleifstern bin ich immer zu haben. Na gut. Äh. Mülleimer. Dann nehme ich eventuell noch die Rakete mit. Hier ist sogar wieder um Ecke so ein Scheiß. Sogar ein großer Fertzäcker hätte ich sogar was kleines gedacht. Aber die hätte ich natürlich nicht gerettet. Komm mal ab, Frau. Jawohl. Ja, was ist jetzt da unten? Äh. Da unten ist ja nichts. Da ist nämlich ein Loch drinnen. Jetzt können wir nur noch ein Step nach links machen. Jetzt haben wir nämlich schon wieder ein Problem. Oh, was geht denn jetzt ab hier? Level up, 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 level up. Ja, machen wir mal voll. Level up, 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 level up Geil mal, jetzt hab ich ne Eule. Uhu. Äh. Blätter, Seide. Die brauch ich nicht. Auch nicht. Die Eule, die guckt schon echt komisch. Warum kommen denn die Wasser durch? Warum kommt hier Wasser durch? Ah, ist die. Oh, lol. Aber mehr ist die nicht, ne? Also, wir würden hier nicht wegkommen. Hier ist Ende-Gelände. Äh, nö. Landeplattform. Na, du, ich weiß, dass du ne Eule bist. Das ist mir schon bewusst. Ja, brauchst nicht rum hier gucken, Mann. Wo ist das Portal hin? Wo ist das Portal hin? Wo ist das Portal? Da, wo ich schon mal war, gerade? Ja, ne? Plopp. Ne, da war ich am Anfang, glaub ich, drinnen. Da, hier, genau. Da ist hier so ne Male. Aber mehr war im Endeffekt, na gut, hier ging's im Endeffekt nochmal runter, ne? Genau, da wollte dieser Tisch, den ich haben wollte. Aber auch das. Also, mir ist vorher schon aufgefallen, warum da kein Loch ist, warum das jetzt zu ist. Das sind natürlich auch geile Dinger. Ich will hier aber nur wenig Platz. Ja, tschüss. Tschüss. Ich will die Sache mitnehmen hier. Tschüss. Das ist natürlich blöd. Ich hätte gedacht, wir finden hier mehr, beziehungsweise wir finden auch das Ding dazu. Oh, nee, 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 nee. Tschüss. Du kannst da bleiben. Kleiner Sausik, ne? Du wirst sterben, schalala, sterben, tralala. Äh, ist schon wieder reparieren, ich glaub's ja nicht. Hier gibt's was für uns da drunter. Eisenherz, Eisenherz. Komm. Aber weg mit dir. Freund der Nacht dahinten. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Töte dich, töte dich, töte dich, töte dich, oder auch mich. Was mach ich jetzt mit dir? Hier, wenn die Kamera los ist, ist es immer ganz gut, dann muss ich das nicht machen. Da ist denn so ein Mana-Ding. Ja, jetzt muss ich den blättern. Na komm. Ich will doch nur wissen, wo das andere Portal ist. Portal ist. Portal ist. Ja. Ja. Oh, hat's wieder ganz genau gepasst. Bup. Tschüss mit dir. Hier haben wir wieder was offen. Ein Rezept für Springbomben. Ich krieg ja auch langsam zu viel davon. Rakete, einfacher, Portal, Springfalle. Brauch ich doch nicht alles. Ich will doch kein Arsch haben. Ne, will's auch nicht haben. Nee, ja komm her. Ich will doch gar nicht haben. Das ist viel angenehmer. Mana? Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Platz haben für den. Komm her, komm her, komm her. Du hast doch nicht nochmal zu Knochen und Fragmente sind immer optimal. Jetzt muss es doch nur weiter nach unten gehen. Ich will doch einfach nur... ...nach ein Portal finden. Schwer kann das doch gar nicht sein. Aber anscheinend doch... ...hier geht's nicht weiter. Dann geht's denn hier nicht weiter. Dann geht's denn hier nicht weiter. ...hier geht's, wenn's reicht. Tschüss. Tschüss.